Du such dir doch nächstes Mal einfach mal ein einfaches Essen aus, ey. Ja, aber ich glaub nicht, dass ihr Käsepasta wollt. Was ist denn aber auch Käsepasta jetzt? Pasta mit Käse. Also ein paar Nudeln Käse drauf, fertig. Ja, mit Käsesauce und dann so viel Käse, dass es so richtig schön läuft. Was für eine Soße? Eine Käsesauce. Soße, die mit Käse gemacht wird. Ich hab noch nie eine Soße, die mit Käse gemacht wird. Zeig mir das Video. Wie, das dauert auch eine Minute. Das ist wieder ein Video. Leute, schenkt euch die Minuten Essen von Luis. Ich muss wegsachen. Holt euch die Rezepte von Luis, die gehen eine Minute, Leute. Profi-Koch Luis, der setzt alle Rezepte um. Schreibt einfach in die Kommentare, was für Rezepte ihr habt. Luis kocht sie für euch. In einer Minute. In einer Minute. In einer Minute. In einer Minute.